Die Küche ist meist das Herzstück im Haushalt. Viele Anbieter und die ständige technologische Weiterentwicklung sind jedoch eine Herausforderung für die Kunden. Wie planen, welche Materialien wählen, was sollen die Geräte können, etc. Eine zeitgemäße moderne Küche zeichnet vor allem aus, dass man viel Arbeitsfläche hat zwischen Spüle und Herd. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass vielleicht der Dunstabzug im Kochfeld integriert ist, dass wir sehr, sehr oft umsetzen, dass die Geräte wie Dampfgarer, Kombidampfgarer eingesetzt sind. Und das geht auch gleich weiter mit der Energieeffizienz, dass man eben auch in diesem Bereich schaut, dass die Energieeffizienz sehr hoch ist, also bei Kühlschränken Triple Plus oder bei Geschirrspülern Doppel Plus. Darauf sollte man achten. Küchenkosten. Umso wichtiger die richtige Budgetplanung. Wir fragen in der Küchenplanung schon sehr, sehr früh um dieses Budget, weil wir auf die Fragen eingehen und wissen, ob das jetzt im Budget auch noch möglich ist oder nicht, zum Beispiel, statt einer Kunststoffplatte eine Steinplatte zu machen. Teure Steinplatten oder doch etwas Günstigeres wählen? Beim Stein wäre es für mich wichtig, dass es ein österreichischer Stein ist, Granit zum Beispiel, sehr widerstandsfähig, sehr robust. Natürlich ist Kunststein in der letzten Zeit immer häufiger und Kunststein ist auch sehr gut, weil es sehr widerstandsfähig ist und weil es etwas Günstiger ist als Stein. Und bei den normalen Arbeitsplatten, die haben sich seit 40, 50 Jahren bewährt. Resorbale Oberflächen in allen Farben passen immer. Und Massivholz ist bekannt als das robusteste und langfristigste Material. Der Vorteil ist Massivholz gegenüber Stein. Massivholz ist antibakteriell und ist wärmer als Stein. Das Wichtige bei Auszügen ist es, dass die Auszüge ganz herausgehen. Die Lade sollte sich auch wieder selbst einziehen. Es sollte geräuscharm sein und es sollte hoch belastbar sein. Also mindestens 30 Kilogramm pro Schiene, nicht pro Lade, sondern pro Schiene, ist hier ganz wichtig. Das sollte ein guter Beschlag, vor allem bei einer österreichischen Küche, jedenfalls erfüllen. Schlaue, praktische Systeme können den Alltag sehr erleichtern. Also genau recherchieren und vergleichen und alle Tipps der Profiplaner einholen. Bei der Küche ist ganz, ganz wichtig zu achten, dass man seinen Arbeitsplatz dort findet, wo man gerne steht in der Küche. Das bedeutet, dass ich zu meiner Familie sehe, dass ich ins Licht sehe. Das ist der beste Arbeitsplatz in der Küche. Wesentliche Aspekte betreffen auch Garantien und Seriosität der anbietenden Firmen. Bei Geräten ist es heute üblich, fünf Jahre Vollgarantie zu haben. Bei Küchen ist es üblich, zehn Jahre Vollgarantie zu haben auf die Materialien. Natürlich kann etwas passieren, aber ein guter Küchenhersteller, ein guter heimischer Küchenhersteller, den es lange gibt, der birgt natürlich für eine gute Qualität. Bevor man richtig loslegt, muss eigentlich nur noch der geeignete Küchenplaner gefunden werden. Das erste Kriterium ist einmal, dass er sympathisch ist. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Kriterien. Dann ist es natürlich wichtig, dass er eine ordentliche Bedarfsanalyse macht. Und was wir bei uns im Hause sehr schätzen, ist, bei uns kann jeder Küchenverkäufer auch selbst kochen. Weil wenn man selbst nicht kochen kann, ist es schwierig, jemandem zu erklären, wie Kochen funktioniert. Das ist, glaube ich, bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020